wot total schade aber aber der lkw hat es bereut da ist gerade durch die brücke geknitscht also laut radar müsste der jetzt genau bei dir sein boah keine ahnung ich schicke gerade wieder meine leute los zu mir rennen fahren hä wirst du ich bin jetzt an einen anzeigen ich bin noch geradeaus weitergefahren hier richtung küsse also gerade aus dem berg darunter mal zu gucken ob ich da ob da dann wieder die trophäe kommt aber noch so ich bin mal ganz kurz im hauptquartier und reparieren meine karte weil die fährt mittlerweile fährt ihn nur noch 150 statt 400 auch kaparatur 2000 also ein zu Prozent von den Blickpunkt setzen und rückwärts und rückwärts und rückwärts und rückwärts und rückwärts da müssen wir nicht mit jetzt noch irgendwo hinfahren oder so und was die schluss jetzt ich wundert es gerade hätte es nicht eigentlich zwei tophäen regeln müssen jetzt ach so das meinst du mit dem hier küsten gedönsel ja eigentlich schon weil wir sind ja immerhin wir sind ja ganz gut gefahren ja aber keine ahnung hier wo jetzt hin genau und so weiter was du ich stehe erstmal auf und mach meine kippe ich gucke jetzt erstmal auf die Uhr boah kurz vor 3 ja oh scheiße wir haben ja erst vor einer halben Stunde angefangen nope oh man ey äh nein das auch nicht das auch nicht wo ist es denn äh nein nein nee aber komm mal so lange hat doch die Fahrt jetzt gar nicht gedauert also woher wegen anderthalb Stunden ach genau mal gucken ja was hier die zeit das aktuale eigentlich hier so immer erst einmal 24 stunden geliebt haben oder ich ja deswegen wundert mich das ja also ich habe gestern was bei 21 stunden 50 minuten ungefähr spielzeit wohl gemerkt hatte ich davon vielleicht gerade mal zwei stunden alleine kooperativ und dann fahren niemals allein 96 prozent haben das familie ausflug kommen wir jetzt gerade komm her juhu Nächstes betreten Boah, wo ist denn der Schatz? Davon 292 Dinger betreten, das wird nur so assoziiert Oh, Totalschaden, ja klar wegen 100 km Harkisch, weißt du? Ich parke jetzt hier und gleich bekomme ich fürs Parken noch einen Totalschaden Ja, komm, komm, komm Aber ich glaub bei mir wird HLC gucken morgen auch nicht. Meint sie? Nein, glaub ich nicht. Was ist denn da schon wieder markiert? Gar nichts. Ach, das ist noch dein alter Wegpunkt. Ja, wo den 392 Kilometer Offroad hab ich 10 Prozent. Das kann ich ja auch dann. Crew-Aufstellungen, ne? Fahr-ID. Äh... Premium, ne? Nee. Doch, Premium. Und wo dann so genau? Und dann frei fahren. Frei fahren. Und dann professionell. Professionell? Dann fast ganz unten links. Also zweite Reihe von unten. 13. Ja. Verdiene eine Goldmedaille in 500 Tests. Nur klar. Von wegen 100. Hä? Nee, nee. Das mit den Goldmedaillen klar, aber das ist ja keine Trophäe. Doch, bester Tester nennt sich das Ding. Nein. Du verarschst mich doch jetzt. Nein. Oh, leck. Oh, da wird mir doch schlecht. Boah, also... Okay, dann steht doch noch einiges, 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 einiges vor uns hier. Boah, ich dachte, die einzige Test-Trophäe wäre die, dass man 100 Platten braucht. Nee. Boah. Äh... Total getunt. Hä? Ich fahre insgesamt 8.047 Kilometer in einem einzigen Fahrzeug, habe ich 6%. Oh Mann. Was? Wo? Äh... Quirschel? Facher-ID. Wahrscheinlich wieder bei freien Fahrern, ne? Genau, dann auf Elite, ganz rechts. Dann zweite Reihe. Links. Total getunt. Ach, warum bin ich denn jetzt weg hier? Äh... Prämie. Boah. Facher-ID. Facher-ID. Prämien. Freies Fahrern. Ähm, das war die einzige Trophy, die wir so in die Richtung kriegen können, ne? Das andere ist hier... Wie, hä? Das von Küste zu Küste ist die Fraktions-Mission. Wenn du die meinst. Ach so, okay. Äh... Ich verbringe 48 Stunden, ey. Hä? Wo steht denn das hier mit dem Fahrzeug? Ach hier, Facher insgesamt 8.047 Kilometer. Bin ich bei 10%? Ja. Muss immer mit dem gleichen fahren. Also was ich sage, jetzt mal hier Camaro SS und dann halt hier auf, äh... Rennen, die ganze Zeit. Ach du Scheiße. Ja. Ach du heilige. Scheiße. Mehr wie fluchen kann ich da gar nicht. Also klar, ich freue mich, weil das heißt für mich einfach nur irgendwann mal, just for fun, einfach so ein paar... Einfach mal so eine komplette Rundreise um den Staat hier. Aber ach du Scheiße. Boah, ich werde mir gleich noch eine Pizza oder so machen. Ja. Und ich mache noch eine Mission und dann schmeiße ich mich hin. Ich mache mir gleich eine Pizza, gucke einen Film. Und dann werde ich wahrscheinlich ins Bett fallen. Ich habe zwar voll eine Pizza, aber die war nicht so gut gemacht, die war nicht zu dunkel. Wenn die zu dunkel ist, mag ich das überhaupt nicht. Aber das Gute ist, das war... die, wo zu dunkel wurde, war nur eine Macaroni Pizza. Ich habe hier noch eine 4 Käse. Ja. Boomt richtig rein. Boah. Das ist egal, ob sie schmeckt. Die schmeckt so genial. Boah. Und dazu... Nee, Energy Trink wäre jetzt fail. Nee, dazu... Dazu ein eiskaltes Bierchen. Boah. Ich glaube, das muss nachher noch ein bisschen gut gehen. Ich glaube zwar, wie gesagt... Boah. Aber scheiße. Nicht, dass ich hier heute noch viel wie schaffe, weil ich bin schon wieder zu müde, um die Nacht hier bis um zwölf gleich zu stehen. Ja, muss auch keiner, ne? Ja, doch. Ich hätte es ganz gerne so. Weil ich gucke mir die Großveranstaltungen meistens gleich an. Du schaffst das! Weil ich meine jetzt kommt endlich mal da... Wahrscheinlich wird es noch zu darauf hinauslaufen, dass Roman Reigns endlich die Champion wird, weil ich glaube kaum der Shame ist jetzt in der derzeitigen Verfassung eine Chance gegeben hat. Ja. Was allerdings... Liegt aber auch nur an der Storyline. Also ganz klar, wo die Shame ist immer noch hier, behaupten, dass der viel viel besser ist Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Guckst du das überhaupt aktiv oder nur die Großveranstaltungen oder wie ist das? Nee. Nur Großveranstaltungen, wenn ich Zeit habe. Toh, natürlich nur Gold. So wird's! Ach ja. So, das war's. Verärmt. War aber trotzdem wieder ne lustige Runde. Ja. Und da wieder ein paar Trophäen mehr. Passt doch. Ja klar. Ich schätze mal... Na gut, morgen weiß ich nicht, aber... Ich schätze und hoffe mal, dass ich am Montag dann die Trophäe kriege mit dem 100 Platin-Tests. Die gibt's gar nicht. Wie, die gibt's gar nicht? 500 auf Gold. Warum mach ich den Scheiß dann? Klar, Platin gehen dann, du kannst auch 500 auf Platin machen, ne? Nee, das schaffe ich nicht. Ey, warum mach ich denn hier alle auf Platin? Weiß ich nicht, also Gold reicht eigentlich. Ich dachte 100 Platin und dann ist das ne Trophäe. Was glaubst du, warum ich das gemacht hab gestern? Ich hab hier gestern so reingehauen, weil ich dachte mir so, naja. Nur 100 Platin-Dinger, die schaffst du auch noch. Also ich hab die jetzt grad immer noch mal nachgeguckt, glaubt ihr nicht gesehen. So ne Trophäe. Nur 500 Gold-Tests. Also bester Tester nennt sich das Ding. Na, das ist doch tausendmal schwerer wie 100 auf Platin. Ja. Weil es ja insgesamt auch noch 572 gibt. Also musst du fast alle machen. Ja, deswegen ja. Ach du Scheiße. Ja. Und dann hast du auf jeden Fall High-End Autos. Danach. Ja, toll. Ich fuck das jetzt ab. Weil... Ich dachte 100 Platin-Dinger ist auch eins. Verdammt. Was glaub's denn du, warum mein Auto schon so hoch ist? Ich hab gestern so lang gemacht, bis jeder Tester auf Platin ist. Ja. Na, Platin, sei besser. Okay, dann hab ich... Ja, klar. Dann hab ich jetzt wahrscheinlich von den 500 Gold-Dingern, hab ich jetzt wahrscheinlich so circa 70 auf Platin. Ja. 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 Ja, okay, die mach ich dann aber auch erst wieder dann bei den nächsten Session. Weil dann brauch ich mir auch nicht die Mühe machen mit Schunder auf Platin. Ja. Ja. Dann spiel ich das Spiel, dann spiel ich das Spiel auf, äh, definitiv erst weiter, wenn wir dann die nächste Runde machen. Äh, ach ja, genau, ähm, die Woche jetzt so was kommt, dann können wir eigentlich komplett nicht spielen, weil dann muss ich frühestens nicht raus und hab auch keine Überstunden. So, passt. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Ja. Ach ja, mein Göttchen. Okay, dann bin ich jetzt... Ich bin grad ein bisschen enttäuscht, dass es die mit 100 Platin nicht gibt. Tja. Tja. Ich weiß gar nicht, warum ich die dann gemacht hab, aber egal. Na, okay, dann... Trotzdem, dann wünsch ich dir ein gutes Nächste, ich ess jetzt noch was, trink noch ein Bierchen und dann geh ich wahrscheinlich auch schon ins Bett. Ja, wünsch ich dir auch und mal noch einen guten Hunger, ne? Ja, danke, dann... Ja, entweder bis morgen oder bis nachher. Richtig, ich sag mal bis später. Ja, genau. Tschüss.